Ja, hochverehrtes Präsidium, ich begrüße die demokratische Fraktion der Alternative für Deutschland, aber natürlich auch alle anderen Fraktionen hier im Hause, vor allem die neue sozialistische Einheitspartei Deutschlands, die NSED, die sich hier so gerne als die alleinigen Demokraten gerieren, in Wirklichkeit aber zumeist gegenteilig handeln. Wir sprechen über den Haushalt der Bundesbeauftragten für Kultur und Medien. Der damalige Bundespräsident Johannes Grau sagte im Mai 2003 richtigerweise, wenn wir Kultur nur für die Sahne auf dem Kuchen halten und nicht für die Hefe im Teig, dann verstehen wir die Politik und unsere Gesellschaft falsch. Der Mann hatte Recht. Die Ampel und alle Parteien der neuen sozialistischen Einheitspartei Deutschlands verstehen unsere Gesellschaft nicht nur falsch, in Wirklichkeit wollen sie eine neue Gesellschaft mit dem neuen Menschen schaffen. Ihre Politik bewirkt eine Unkultur des Hasses, der Entmenschlichung und der Spaltung. Sie diffamieren eine demokratische Rokussionspartei als extremistische Rattenfänger und entwürdigen damit auch deren Wähler zu Ratten oder auch zu Schmeißfliegen, die sich auf einen Haufen Verdauungsendprodukte versammeln. Das ist doch ziemlich strack, so eine Zuschreibung, selbst für einen Zimmermann, oder? Zwietracht, Misstrauen, Argwohn, Spaltung, Bespitzelung und Verdächtigung, das ist die Saat der linksgrünen Bolschewoken Unkultur, die auch mit den Kulturetats der vergangenen Jahre bestens aufgewachsen ist. Nehmen wir exemplarisch die chronisch linksdrehenden schon Aktivisten von Korrektiv. Die wurden in den Jahren 2023 mit 600.000 Euro aus der Staatskasse bezahlt, Bund und NRW. Von diesem selbsternannten Medienhaus hört man eigentlich nicht viel, und plötzlich kreieren sie ein Spuk- und Gruselmärchen, aufgegriffen und aufgebauscht durch die klassischen Medien. Ein bisschen Framing, ein bisschen was hinzuerfunden und so weiter. Die im Endstadium ihres Niedergangs befindliche Ampelregierung dankte herzlich und rief sofort ihre steuergeldfinanzierten ökosozialistischen Apparatschickapparate zu Demonstrationen. Wir haben es gefunden, den Stein der Weißen. Und wieder einmal das Totalversagen der gebündelnden Mainstream-Medien, die sich wie Moraliban mit dieser Thematik beschäftigt haben. Der über Jahrzehnte üppig gemestelte Linksapparat der Vokaria wuchert in immer größeren Dimensionen und verteidigt so seine errungene kulturelle Hegemonie in unserer Gesellschaft. Sie haben mal sicher alle Antonio Gramsci gelesen. Der hat das schon so beschrieben. Meine Damen und Herren, ich komme zum Schluss. Es ist hoch an der Zeit, dass alle diese Fördertöpfe im Bundeshaushalt gestrichen werden. Und wir von der Alternative Förder Deutschland werden die Spülmeister sein. Alerta! Alerta! AfD ist da! Die nächste Rednerin ist Dr. Paula Pierre-Cotta für Bündnis 90 Die Grünen.